Trotz viel Stabilität leicht und wendig. Mit dem Hoka One One Conquest bekommen Überpronierer und schwere Läufer einen perfekten Schuh für ihre Ultraläufe. Er bringt ein komfortables Laufgefühl mit viel Dynamik auf die Straße, wie man es nicht für möglich hält. Verantwortlich dafür ist die Smeva Zwischensohle, die alle Aufprallkräfte bombensicher aufnimmt. Zusätzlich ist sie so konzipiert, dass ein dynamisches und flüssiges Abrollen möglich ist. Für die nötige Stabilität, besonders bei langen Läufen, wenn die Muskulatur ermüdet, wurde ein spezielles Fußbett gestaltet. Durch den wannenartigen Aufbau sitzt der Fuß tief und stabil im Schuh. Um Feuchtigkeit bei Ultraläufen zu vermeiden, die natürlich dazu führen, kann das Blasen entstehen, wurde der Schuh mit einem atmungsaktiven Obermaterial ausgestattet. Vollem Bodenkontakt und guten Grip, auch bei Feuchtigkeit, bietet dir die verstärkte Außensohle. Mit dem Hoka One One Conquest sind auch für Überpronierer und schwere Läufer Ultraläufe mit Spaß zu bewältigen. Du erhältst ihn in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell ihn direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com.br